Ja, hallo, ich bin die Rita Weber, ich bin hier Angestellte bei der Hausverwaltung Postler, arbeite hier mittlerweile schon seit 14 Jahren, aber zurzeit ist es also unmöglich hier, weil die August-Bebel-Straße ja seit längerem beidseitig befahrbar ist. Der Lärm ist so immens groß, dass wir hier bei geöffneten Fenstern einfach nicht arbeiten können. A stört der Lärm und zum Zweiten natürlich auch die Abgase. Besonders schlimm im Sommer, wie es dann im Winter wird, wissen wir nicht. Also ich würde mir wünschen, dass dieser immense Lärm, Krach und Gestank hier endlich aufhört. Ich komme ja nicht hier von mir, ich komme ja aus dem Saalkreis, aber wie schon gesagt, ich war richtig erschrocken, wo ich die Stadt gesehen habe. Ich bin die Frau Lehmann, wohne seit 2006 in Zeitz. Ich kenne die Stadt schon seit DDR-Zeiten und ich war erschrocken, wie ich hierher gezogen bin, dass die Stadt wirklich ziemlich dreckig ist, dass sie mit meinen Worten entverwahrlost ist. Viele Geschäfte werden hier geschlossen, anstatt die Innenstadt ein bisschen mehr auf Vordermann gebracht werden müsste. Nein, da wurde ein Medialespark gebaut, obwohl die Innenstadt eigentlich viele Sehenswürdigkeiten hat. Und ich finde es einfach beschämend. Und ich muss auch dazu sagen, mein Sohn kommt aus dem Westen, aus Bruchsal, und er hat gesagt, um Gottes Willen, wo bist du ja hingezogen. Das ist eine richtige Schlammloch, sagt sie, hier ist überall nichts. 10 Uhr an einem Dienstag. Die Fenster nicht aufmachen, durch den Krach, die vielen LKWs. Da fängt ja in der Wohnung schon das Geschirr an zu zittern und so. Und wir hatten ja schon, der Herr Dr. Hartenstein, der hat ja schon so eine Eingabe gemacht, dass die Straße rausgenommen wird aus dem Verkehr. Aber es ist genau noch so wie vor Wochen, die LKWs und das alles. Also das ist furchtbar. Es macht keinen Spaß, mal hier an der Straße zu wohnen. Und wenn man über die Straße geht, es ist oben in der Vordianenstraße-Ecke eine Ampel. Aber wenn man hier mittendrin wohnt, kann man ja nicht erst da hochgehen und über die Ampel. Und sonst ist es, also 10 Minuten, eine Viertelstunde stehen sie, bis sie über die Straße kommen. Und für ältere Leute, ältere Leute ist das ja noch schwerer wie jetzt für Jungen. Wir rutschen mal schnell drüber. Aber für ältere Leute, die stehen es stumm und dämlich, auf Deutsch gesagt. Also ich wohne in Ostoben, aber ich gehe mehrere Male am Tag durch, durch die August-Bäbel-Straße. Es ist ganz, ganz schlimm. Vom Krach her ist es fast unerträglich. Wenn ich über die Straße gehen will, ist es genauso schlimm, weil man da einfach nicht rüberkommt. Und die Leute, die hier wohnen, ein Bekannter von mir wohnt hier, also der hat Tag und Nacht die Fenster geschlossen. Es nimmt kein Ende mit dem Krach. Furchtbar. Und von dem Dreck, der rumfliegt, will ich gar nicht erst reden. Das kann man sehen, ne? Ja, das stimmt, was meine Mutsch gesagt hat. Und wenn man jetzt guckt, da kommt ein LKW, noch ein LKW, noch ein LKW. Und mit dem Fahrrad fahren, hier runter fahren, das ist gefährlich. Man kann schon gar nicht mehr fahren, weil die LKWs vorbeikommen und das ist zu enge Fußweg darf man nicht fahren. Da muss man hinten rumfahren mit dem Fahrrad, weil das ist Abgas, das ist auch mit dabei. Das ist gefährlich. Ja, also ich wohne in der August-Bebel-Straße und ich finde den Lärm und die Rücksichtslosigkeit mit Menschen auf Horror, sehr traurig. Die Rücksichtslosigkeit Die Rücksichtslosigkeit Die Rücksichtslosigkeit Die Rücksichtslosigkeit Vielen Dank.